Moin Moin und Hallo zu dem letzten Hörbericht für dieses Jahr 2021. Nach diesem Bericht wollen wir zwei Wochen in die Pause gehen und hören uns am 13. Januar wieder. Deshalb, zur Entspannung, führen wir das Traumalphabet weiter. Das K ist nun an der Reihe. Ach ja, und ich wünsche euch, auch im Namen meiner Schwester, schöne Fest- und Feiertage. Feiert Weihnachten und Neujahr zusammen, nicht gegeneinander. Auch wenn das Jahr relativ frustrierend war. Viel Spaß beim Zuhören! Willkommen zurück zu der Weiterführung des Traumalphabets. Orte und Zeiten. Diesmal wieder mit nur einem Buchstaben. Unter dem zahlreiche interessante Begrifflichkeiten auf uns warten. Das K hatte sogar so viele wichtige Örtlichkeiten, dass ich neun von ihnen näher beschreiben möchte. Worauf warten wir also noch? Die Welt der Träume wartet ja nicht ewig auf uns. Die Kathedrale. Die Kirche. Taucht eher bei Menschen mit christlich-religiösem Hintergrund im Traum auf. Der Ort wird hierbei als Hort der Ruhe betrachtet. Praktizierende Kirchgänger erkennen hier ihr eigenes Gotteshaus bzw. ihre eigene Gemeinde wieder, welche in ihrer Gegenwart eine feste Rolle spielen. Auch kann den Träumenden Erinnerungen aus den Kindertagen einholen, die, je nach verknüpften Gefühlen, positiv oder negativ sind. Der Kornkreis. Ein neueres Traumbild, möchte man meinen. Doch Menschen vieler Kulturen sprachen oft von dem Phänomen, sich im Traum im symmetrisch niedergedrückten Gras zu befinden. In unserem Kulturkreis ist es zumeist der Kornkreis, in dem wir uns befinden. Die Träumer berichten von einer merkwürdigen Aussichtslosigkeit, gepaart mit einer gewissen Euphorie. Im Traum erhofft man sich eine Art Rettung von außen. Es kann Hinweis darauf sein, dass eine gewisse Erdung im Alltag verloren gegangen ist. Der Kornkreis kann darauf verweisen, dass man seine Qualitäten, seine eigene Persönlichkeit wiederentdeckt und wiederergründen sollte. Der Kindergarten. Dieser urtümliche Ort aus der Kindheit fordert, wenn es nicht direkte Szenen aus der reellen Vergangenheit sind, die geistige Reife des Träumers. In diesem Traumbild sind die Betreuer meist diese, welche uns immer wieder die Mündigkeit wegen Unreife absprechen. So kann diese Traumkulisse schnell frustrierend sein. Bedeutend tut sie aber für uns paradoxerweise das Gegenteil für die Gegenwart. Oft wird der vorkommende Kindergarten und das, was wir dort empfinden, als unterbewusste Aufforderung an uns analysiert, im Alltag nicht allzu steif und zu reserviert zu sein. Es mahnt uns also dazu, nicht zu bevormunden gegenüber anderen zu sein. Der Krieg. Dieses Traumbild zeichnet sich durch eine permanenten Anspannung und Dynamik aus. Man wird in ein Szenario geworfen, welches klar eine Konfliktsituation zweier oder mehrerer Parteien aufzeigt. Der Träumer findet sich zumeist als Zivilist, seltener als Soldat wieder, welcher versucht, in den Wirren die Übersicht zu behalten. Ein solches Kriegsszenario deutet auf einen inneren Konflikt hin. Unsere innerliche Zerrissenheit, wir bekämpfen uns selber, sind mit uns nicht im Reinen. Das deutet sich in solchen Traumorten dann an, wenn man den Kriegsgrund erfährt. Dieser würde uns in der Gegenwart wahrscheinlich lächerlich belanglos erscheinen. In diesem innerlichen Zerwürfnis im Traum aber nehmen die Protagonisten in selbigen es als bitteren Ernst. Nach solch einem zermürbenden Traum sollte die innere Haltung zu gewissen Themen in der Gegenwart überdacht werden. Das Krankenhaus Wenn wir im Schlaf eine Klinik oder Ähnliches aufsuchen oder uns sogar schon dort befinden, dann hat dies meist seelischen Charakter. Dies ist ein Ort, wo wir uns bedürftig entkräftet fühlen. Ein Ort der Krankheit, Abgeschlagenheit. Uns fehlt etwas. Der Aufenthalt hier bringt uns meist nicht weiter. Besonders bedrückend ist dieser Traumort, wenn enge Freunde und Verwandte sich von einem bereits verabschieden, man aber dennoch nicht erzählt bekommt, was die Gründe hierfür sind. Je nachdem, wie im Traum die Kommunikation und der Umgang ist, können wir Schlüsse für die Gegenwart ziehen. Seltener werden hier tatsächliche Krankheitsbilder vorweggenommen, welche konkret unsere körperliche Gesundheit in der Gegenwart betreffen können. Der Keller Ähnlich wie auf dem Dachboden finden wir hier verstaubte Gedanken aus der Vergangenheit. Es ist in den allermeisten Fällen ein durchweg unheimlicher, bedrückender Ort. Die meisten Menschen, die dieses Traumbild haben, erzählen, dass sie nicht ganz freiwillig dorthin gelangen. Das Betreten des Kellers wird meist durch einen vorherigen Kippmoment eingeläutet, welcher von anderen Personen her rührt. Man geht widerwillig die Treppen herab oder man fällt in eine Art Wohnmacht und wacht direkt im Keller auf. Licht ist hier meist Mangelware. Es kann sein, dass uns etwas Unerfreuliches, längst Verschüttetes erwartet. Etwas, mit dem wir uns eigentlich nicht mehr weiter auseinandersetzen wollten. Das Kaufhaus Dieses Traumsymbol ist eher mit positiven Gefühlen im Zusammenhang zu bringen. Die angebotenen Waren wecken Sehnsüchte. Die Bereitschaft oder Möglichkeit, diese käuflich zu erwerben, verweisen auf die eigene, momentane, finanzielle Lage. Dies kann bis hin zum Diebstahl führen, welche eine Stresssituation hervorruft. All dies kann uns Aufschluss darüber geben, welche Bedürfnisse bei uns im Moment zu kurz kommen. materieller oder finanzieller Natur. Sind wir dort ausgelassen, im Traum oder fühlen wir uns ungerecht behandelt? Das Konzert Gemeint ist selbstverständlich bildlich gesprochen ein Konzert vor der Pandemie. Sehnsucht nach Gruppenzugehörigkeit, Ekstase und Unterhaltung. Das Traumbild verweist auf den Wunsch nach Bereicherung auf kollektiver, musikalischer Ebene. Wie bei vielen dieser Traumbilder ist auch hier wichtig, wer einen begleitet oder auf wen man trifft. Wann wart ihr das letzte Mal auf einem richtigen Konzert? Der Kanal Ein Symbol psychischer Energien des Träumers und kultivierter Natur. Dies kann beruhigend, aber auch ermüdend empfunden werden. Der Kanal bildet einen vorgezeichneten Weg ab, welcher keinerlei Überraschungen oder Schwierigkeiten bedeutet. Alles steht und fällt mit der Empfindung des Träumenden. Übersetzt auf die Gegenwart kann der Wunsch groß sein, etwas Neues und Aufregendes zu erleben. Eingefahrene Wege und Muster ablegen, einen aufregenden Pfad beschreiten. Der Zustand des Wassers kann weitere Aufschlüsse geben. So verweist klares Wasser auf ein positives, schmutziges auf ein negatives Gefühl. Doch sollte man sich fragen, ob eine Abkehr vom gewohnten Kanal wirklich ratsam ist? oder – die vorliegenden Pfad